Ahhhhhhhhhh I am going to follow Willkommen zurück zu einer neuen Runde The Culling Wir spielen... Trommelwirbel Ah! Eine Lightning Wound mit Sam Das ist lustig, mit dem haben wir gerade eben schon eine normale Runde gespielt Und diesmal ist es eine Lightning Wound Runde Oh! Mit Gewehr Das ist eine sehr schöne Runde Das Gewehr macht 40 Schaden pro Hit Wenn man den Kopf trifft Ich bin gerade nicht sicher, ob 60 oder 80 Das heißt, es ist schon sehr viel Schaden Und wenn man die Leute schnell killen kann Hat man sogar noch eine Chance, ein paar Schuss von den Gegner mit abzustauben Zusätzlich gibt es halt die Steelsnares Ist eine schöne Falle, wenn man es schafft sie irgendwo vernünftig zu legen Weil sie halt 25 Schaden machen Und dagegen sich dann nicht bewegen kann Das heißt, ein sicherer Headshot Ähm... Das ist halt schon somit das Beste, was einem passieren kann hier Ich renne jedenfalls aber erstmal Wir packen die mal hin Vielleicht treffen wir jemanden Das wird man sehen Da könnten wir aufs Hass schießen Das Ding dürfte explodieren, der dürfte sterben Das wäre so ein Plan, der ganz witzig wäre Aber dafür müsste es halt klappen So, Plan B ist Wir probieren mal, ob wir hier Jemanden treffen Okay, der braucht Hilfe Dann... Ignoriere ich mal den Typen hier Uah... Der erste Schuss war daneben So... So... Heilen Ähm... Das ist jetzt erstmal wichtig, damit er nicht äh wieder abgeschossen wird Die Steals sind ganz gut Dann packen wir nämlich die einfach mal Einfach wahllos hier hin Junge, du sollst dich heilen Das ist jetzt nicht gut Äh... Ich dachte hier kann man sich heilen Oh... Schöner Schuss So kann man sich auch heilen Äh... Wo hat der denn den gekillt? Leider auch kein Schuss mehr Wir haben jetzt noch... Zwei einzelne Leider kein Schuss mehr mit der Waffe Das ist ein bisschen schade Jo... Blocken, Hüft... Rüstung, Hüft... Damit macht er noch zu schaden Kann nicht sein Wenn du dich fühlst, kannst du eine Krankheit haben Du kannst eine Krankheit haben Die Krankheit ist nicht eine Krankheit sondern ein Symptom Von anderen Bis zum Gesundheitsprofessionen zu leben Ein persönliche Beacon kann aktiviert werden Für persönliche Medikation Kann man sich aktiviert Du kalt deinen Schuss mit einem Bladen Danke Ähm... Das ist... Das ist... Bleib ich jetzt nicht so gut angestellt Das Blocken war okay Beim Kämpfen war ich einfach schlecht Aber solls Gibt es hier überhaupt Hill-Stations? Ich bin grad nicht sicher Das, äh... Lighting Wounds Kann man nicht verkaufen Sonst gibt es keine Hill-Stations In dem Fall, äh... Das ist klar, dass ich vorhin nichts gefunden habe Ähm... Jo... Die Waffen werden alle leer sein Aber das können wir mal hier so rumliegen lassen Vielleicht läuft ja jemand rein Äh... Tadam... Wer hätte es gedacht Leer, leer, leer Oh! Ein Schuss! Oh! Da erschießt jemand Ja... Da war der lieben Ja... Da war der lieben Okay, das war's Jo... Das war die Blitzrunde Auch wieder mit Sim Wieder mal gewonnen War schön Die Gewinner-Pose ist mal wieder Jetzt verbuggt Aber... Ich hoffe es hat euch trotzdem Ein bisschen unterhalten Und wir sehen uns dann Wieder das nächste Mal Bei der neuen Runde The Culling Bis dahin Viel Spaß euch! Gut! Gut... Gut... Gut juurl